Atmen ist lebenswichtig. Die meiste Zeit erfolgt die Atmung unbewusst. Durch das Atmen nehmen wir Luftsauerstoff auf. Mithilfe des Blutes wird der Sauerstoff zum Gewebe und in die Zellen weitergeleitet und liefert uns somit Energie. Doch der richtige Luftsauerstoff macht es. Das zeigt die Naturoase in der Fürstpückler-Passage. Vor allem im hohen Alter verlieren die Mitochondrien, die Bestandteile der Zelle, die Fähigkeit für eine effektive Energieproduktion. Es kommt zu nachlassender Vitalität von Körper und Geist. Naturheilärztin Cordula Feldner hat ein Gerät gefunden, um die Zellproduktion anzutreiben. Dieses ganz neuartige Sauerstoffgerät bringt uns ein simultanes Berghöhentraining. Man weiß also von Bergvölkern, man weiß auch von diesen Trainingslagern der Hochleistungssportler, dass also da ein sehr hoher Effekt auf das Knochenmarkt und ein Stimulus für die Durchblutung durchgeführt wird. Und wir haben also die Möglichkeit, für Kranke, Bewegungsbehinderte oder einfach auch Menschen, die für die Gesundheit etwas tun wollen, ein Sauerstoffgerät hier zu haben, wo der Patient, der Kunde oder der Klient ganz entspannt auf der Liege liegen kann, ohne dass er diese anstrengenden Bergtouren durchführen muss. Dieses Zelltraining nennt sich Intervallhypoxie-Hyporoxie-Training, kurz IHHT. Immer im Intervall wird dem Körper zwei bis drei Minuten lang ein Sauerstoffmangel, eine Hypoxie und ein Sauerstoffüberschuss, Hyporoxie, zugeführt. Dadurch wird die Grundvoraussetzung für einen gesunden Zellstoffwechsel regeneriert. Der Körper fühlt sich mit dem künstlich produzierten Höhentraining weniger müde, gestresst und ausgebrannt. Maiko Eberhardt hat das Zelltraining an dem Tag erstmalig ausprobiert und ist begeistert. Es ist interessant, dass man sich tatsächlich fühlt, als wenn man über 3000 Meter wäre. Gerade, ich habe gerade mit Rauchen aufgehört, für mich waren die Bergphasen ziemlich schwierig in den Bronchien. Ich habe das Gefühl, ich muss husten. Ein positiver Nebeneffekt vom Zelltraining ist neben der Stärkung des Immunsystems sowie der physischen und mentalen Leistungsstärke das Abnehmen. Durch das Höhentraining wird der Fettstoffwechsel aktiviert und die Gewichtsabnahme unterstützt. Aber es gibt noch viele weitere gesundheitsförderliche Eigenschaften. Die konzentrative Verbesserung, wir haben die Muskelzellen, die also 25 Prozent mehr Leistungsfähigkeit bringen. Die Lunge selber verbessert sich, oft ist die Schleimhaut geschädigt durch die Abgase oder durch andere Einflüsse, bakterielle, virale Einflüsse. Die reinigen sich, die Schleimhäute sehr gut. Die Bronchien verbessern sich, die Nasenschleimhäute, aber alle Körperzellen. Wir können also beim Herz weitergehen, das Herz pumpt kräftiger. Wir haben also eine verbesserte Durchblutung. Die Endothelzellen in den Kapillaren schwellen ab. Dadurch ist die Durchblutung verbessert. Und alle Organzellen verbessern sich. Und das Wichtigste ist, dass die Entgiftungs- und Stoffwechselorgane, Darm, Leber, Nieren, Lunge und das Lymphsystem enorm von diesem Sauerstoff profitieren und eben den ganzen Körper effizient entgiften können. In der Naturoase gibt es aber nicht nur gute Luft, um die Gesundheit voranzutreiben. Naturprodukte helfen ebenfalls dabei, den Körper von innen zu rehabilitieren. Mit dem IHHT, dem Workout für die Zellen und den Naturprodukten bietet die Naturoase alles, was man braucht für ein langes und gesundes Leben. Untertitelung des ZDF, 2020